Der Herr ist mein Licht und mein Heil Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist die Kraft meines Lebens. Vor wem sollte mir bangen? Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Nur eines erbitte ich vom Herrn, danach verlangt mich, im Haus des Herrn zu wohnen alle Tage meines Lebens. Die Freundlichkeit des Herrn zu schauen und nachzusinnen in seinem Tempel. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Ich aber bin gewiss zu schauen, die Güte des Herrn im Land der Lebenden. Hoffe auf den Herrn und sei stark, hab festen Mut und hoffe auf den Herrn. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Herzig. 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 Untertitelung des ZDF, 2020